Herzlich Willkommen! Ich bin Katja Riedl aus dem Romantikhotel Deutsches Haus in Pirna. Direkt neben der Marienkirche gelegen, wunderschön eingebettet in unsere Altstadt. Liebe Pirnaerinnen, liebe Pirnaer, liebe Gäste, liebe Feinschmecker, liebe Weinliebhaber. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich und bitte Sie um Ihre Mithilfe. Wir sind eigentlich bekannt für regionale Produkte. Liebevolle Gerichte kreiert von unserem Küchenchef Sven Peetzold. Sie können sie genießen in unserem wunderschönen Innenhof, in unserem Blechschmidtkeller oder wenn es gar feierlicher sein soll, in unserem wunderschönen Renaissance-Saal. Alle diese Räumlichkeiten sind gerade leer. Keine Gäste dürfen wir bewirten. Das, was unser Haus eigentlich ausmacht, der Trubel, die Gäste, das Lächeln, die Gespräche, das Miteinander und das familiäre Dasein für unsere Gäste, ist leider momentan nicht möglich. Seit letztem Jahr bewirtschaften wir auch einen eigenen Weinberg, einfach um das Portfolio von unseren Gästen noch intensiver erweitern zu können. Wir bewirtschaften hier einen Weinberg in Pilnetz und bauen eigene Weine an. Müller-Thurgau, Lurie-Muskat, Spätburgunder, Grauburgunder, Weißburgunder. Wunderschöne Reben, die einfach Geschmack machen. Gerne hätte ich sie gemeinsam mit Ihnen bei uns im Restaurant verkostet. Gerne hätte ich mit Ihnen gemeinsam eine Weinwanderung gemacht. Dies ist leider momentan alles nicht möglich. Doch Sie können uns helfen. Kaufen Sie jetzt einen Gutschein und wir dürfen Sie danach dann bald bei uns im Haus begrüßen dürfen. Können Sie danach bald bei uns im Haus begrüßen. Wir freuen uns auf Sie ganz, ganz herzlich, um bald mit Ihnen gemeinsam unsere Produkte verkosten zu können. Kaufen Sie jetzt hier bei uns auf der Inhaltsseite einen Gutschein und so beleben Sie die Stadt Pirna. Sie können shoppen gehen, noch was Kleines für die Wohnung kaufen und hinterher kommen Sie gut essen bei uns. Bringen Sie ein Gläschen Wein und genießen Sie Ihre Zeit. Wenn Sie gar individuellere Geschenke, gerade für Ostern, jetzt benötigen, kommen Sie bei uns auf die Internetseite. Wir haben ein kleines Portfolio unserer Produkte zusammengestellt, einfach um die Sehnsucht nach unseren Sachen auch in dieser schweren Zeit stillen zu können. Wir dürfen Ihnen unser Sauerbratensüppchen, unseren Sirup für alle Fälle und natürlich auch unser Wein nicht vorenthalten. Bitte kaufen Sie jetzt den Gutschein, damit wir Sie auch bald wieder bei uns im Haus begrüßen dürfen. Ihre Katja Riedl, zum Wohl! Vielen Dank für's Zuschauen!